Hallo und herzlich willkommen zu let'splaymeeting2.de praios Ja, ich habe uns für heute ein kleines Mixtape zusammengeschnitten Nachher werde ich auch noch ein bisschen was live machen, weil das halt nicht mega viele Aufnahmen sind Aber ich habe hier zum Beispiel ein bisschen was von den neuen Schmuck versucht zu abhören Ich weiß gar nicht, ist es gerade eine Seelenkristallallkette, ich erkenne das nicht genau in Sony Vegas Auf jeden Fall da ein bisschen was von den neuen Zeug und so, da versucht dann halt bei Gildy ein bisschen was hoch zu abhören Ob er es klappt, weiß es nicht, aber wer mein Abglück kennt, der weiß es doch Und ja, ein bisschen anderes noch, zum Beispiel hier ein paar Muscheln aufgemacht Und ja, ich habe was cooles anzukündigen und zwar habe ich zusammen mit den lieben D.Cool meinen Twitch-Account eingerichtet Das heißt, nächste Woche Sonntag oder Samstag Ich denke ja doch Samstag eher Wird das neue Projekt starten mit dem Char auf Deimos Dafür können wir schon mal alle einen Char erstellen mit XV Also kleines X, großes V Dann wollten wir das ja so ähnlich wie ein Server-Neustart gestalten Das heißt, wir fangen alle mit Level 1 an und ziehen uns dann irgendwie gemeinsam hoch Im Livestream halt Und ja, hier seht ihr gerade zum Beispiel auch noch den Magischen Stein, den wir letztens verabbt haben Queenie-Welpen-Siegel versucht zu bekommen Ja, wie gesagt, Livestream halt Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich versuche Für morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht Am Sonntag auch einen Livestream hinzubekommen Aber nicht mit dem neuen Projekt Sondern halt auf Preios noch irgendwas Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare Und schreibt auf jeden Fall auch, was ich da machen soll Weil Livestream und so, ihr wisst schon Äh, gerne auch was, was wir dann zusammen machen können Und Ja, hier haben wir gerade Äh, ja ab nicht Aber hier kaufen wir gerade noch ein paar Krallen Ja, die Phönix-Schuhe, die wir haben 1515, 112TP Das heißt, da werden wir dann später auch nur abben Aber das würden wir nicht dieses Video machen Später halt Und Ja Ich bin schon echt gespannt auf die Livestreams Ich hoffe, ihr habt da wirklich Bock drauf Ähm, ich stelle auf jeden Fall mal einen Link unten in die Videobeschreibung zu Twitch Und wenn ich denn, äh, heute noch ein Livestream mache Dann werdet ihr das auf jeden Fall noch, äh, angekündigt bekommen Auf Facebook und auf, ähm, YouTube natürlich Und ja, jetzt kommen wir zum Live-Patch Bis gleich So, und da sind wir auf dem Lykaner Und wir versuchen jetzt einfach mal hier in die Dornenkrallen Monster Plus 4 zu bekommen Nebenbei kann ich ja schon mal wieder Queenie einloggen Damit wir da die Splitter entfernen können Äh, bla 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 Passwort Nicht hingucken Guckt weg Okay, guckt ihr gerade weg Alligator 1 So, und dann bin ich auch in Queenie drin Hätte ich eigentlich vorher machen können Egal Und ja, ich würde sagen Wir fangen doch mal an Und Erfolgreich Ist das ein Witz? Ja gut, äh Ja gut Äh Und Ja gut Ja Damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet Ich habe jetzt gedacht Da könnten wir jetzt, äh Mal Längeres draus machen Ich weiß gar nicht Was soll ich da rein tun? Noch ein dB oder was? Hm Ja Junge Komm her Was hat denn? Ja gut Ähm Ja Keine Ahnung Was wollte ich denn jetzt noch machen? Oder was kann ich denn jetzt noch machen? Eigentlich nicht viel Also Ja dann war es jetzt ein bisschen kürzeres Video Aber wie gesagt Vielleicht kommt ja heute noch ein Livestream Ähm Schreibt bitte in die Kommentare Was wollt ihr sehen? Und äh Wie viel Uhr ist es am besten? Ich hatte so am Visiert 19 Uhr Also wenn ihr da Äh Zeit und Bock habt Dann gerne vorbeigucken Ich denke mal so eine Stunde Oder so Würden wir dann auf jeden Fall hinbekommen Ja Kohlensäure im Magen Da ist ja was Wo ist der? Wo treffe ich den nicht? Wo ist der denn? Ach so Queenie So Ah da Ähm Ja Schreibt einfach mal in die Kommentare Ich werde auch Äh Wie gesagt Den Link unten in die Videobeschreibung packen Genauso wie alle anderen Social Media Links Weil mich wieder Total oft Leute fragen Ja äh Können wir mal skypen oder so? Dann sage ich Ja das ist doch in Äh In der Videobeschreibung Aber dann Ja egal Ähm Ähm Ja Etwas kürzeres Video Aber Was soll's Und Ja ich würde sagen Das war's dann für Dieses Video Gerne einen Kommentar schreiben Gerne bewerten Und WTF Was war das? Komm her Du Warum laufen die immer weg? Ja Seht ihr gerade sowieso nicht Ja gut Ähm Ja ich bin schon wieder Viel zu schnell abgelehnt Ähm Ja Scheiße Sorry Wird es doch ein bisschen länger Ich bin jetzt raus Bis denn Ciao Bis denn Bis zum nächsten Mal.